Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Deutsche in diesen 50 Jahren seit Kriegsende viel erreicht und ich denke, wir haben Anlass, dankbar zu sein. Wir haben 1990 die Wiedervereinigung mit der ehemaligen DDR mit Mitteldeutschland erreicht, wenigstens das. Der Preis war hoch. Wir mussten uns mit der Oder-Neiße-Grenze abfinden und niemand kann Ihnen machen. Wir haben uns mit der Grenze abfinden müssen, aber mit dem Verlust der Heimat der Deutschen im Osten finden wir uns nicht ab. Das kann niemand verlangen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diejenigen, die jetzt randalieren, keine Schläge sind. Das sind politische Geschäftemacher, die hier auftreten. Und das ist ein Bild, der. Das ist ein Bild, der wir sehr gern fragen wollen. Und das ist eine Art von der Bergung der Robert Bern sowie eine Und das ist ein Bild, der wir sehr freuen, dass wir sehr leidig sind. Ich weiß, was, wenn wir in drei Jahren anbikes sind,